Moin. Ja, heute wird ein bisschen Hölz gehackt, haben wir noch mehr als genug da und ja, Spalter ist gerade nicht da, deshalb wird per Mannes Kraft gespalten. So wird es wahrscheinlich den ganzen Tag gehen und dann kommt Fatih gleich noch vorbei und der kann das alles einsortieren, weil er das nämlich gut kann. So, ich habe es ja angedroht, Fatih ist jetzt auch da. Ja, sag Hallo. Zu wem? Zu meinen Followern. Was? Zu meinen Followern, die dich dann hören, wie du Hallo sagst. Ja, Hallo. So, du bist doch Bescheid. Ja, Hallo. Ich ruf gar keinen an. Herrlich. Ja, Fatih stapelt ordentlich Holz weg und ich spalte. Herrliches Wetter dazu. Es wird auf jeden Fall noch ein lustiger Tag heute. Das verspreche ich euch. Väter sind ungefähr auch so, die kommen vorbei, auch wenn es erst zwei Wochen her ist. Da wird überall Zollstock dran gehalten, da wird überall geguckt. Was hat der Bengel denn eigentlich schon wieder verbrochen? Was machst denn du da oben? Sag mal. Wie bei Assis sieht das hier aus? Er schweißt das Dach neu. Er schweißt das Dach neu. Gibt zwar keinen Grund, aber sicher ist sicher. Machen wir doch mal eine Lage oben drauf. Das hält dann jetzt bestimmt für die nächsten 350.000 Jahre. Ach nee, weil der Bengel einfach ein Fuscher ist. So, Fatih ist wieder runter vom Dach und sortiert jetzt wieder Holz in die Schubkarre. Fatih, was hast du denn da oben gemacht? Sag doch mal jetzt. Stöße zugeschweißt, weil dann unter der Pappe das Wasser rinnt und dann wird das ganze schöne eingestapelte Holz wieder nass, was eigentlich jetzt trocknen soll. Jetzt habt ihr es gehört. Problembehebungen der ganz großen, klassischen Art. Genau. Kommst du jetzt öfter vorbei, Fatih? Kommt drauf an, wie das Essen ist. Hahaha, wie das Essen ist. Wunderbar. Ich werde überall reduziert. Überall werde ich reduziert, selbst von meinem Vater. Hauptsache das Essen ist gut. Na ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wie lange brauchst du jetzt für den Stapel noch? Bisschen dunkel werden. Ein Schulterzucken kommt, danke. Bisschen dunkel werden, ja. Zum Glück werden die Tage länger. ... Untertitelung des ZDF, 2020